Believe, you've got to believe, you've got to believe. Individuell und modern. Dies trifft auf die Uhren des schwedischen Herstellers Triva zu. Das braune Acetatgehäuse ist sehr leicht. Ein kratzunempfindliches Uhrglas schützt vor Beschädigungen. Der verschraubte Gehäuseboden ist aus Edelstahl. Modische Sportlichkeit zeigt der Träger dieser Uhr. Auch von Damen kann dieser Chronograph gut getragen werden. Durch Ziernieten und Stahlschlaufen erhält das Armband den unverwechselbaren Stil. Gestoppte Zeit lässt sich in den kleinen braunen Chrono-Augen ablesen. Schmale polierte Zeiger und Stundenmarkierungen betonen das klare Design der Uhr. Das sogenannte Sunray-Zifferblatt hat seinen Namen von dem besonderen Finish, das an Sonnenstrahlen erinnert. Garantie und Bedienungsanleitung sind der Geschenkpackung beigelegt. You've got to believe, you've got to believe. You've got to believe, 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 you've got to believe